gut ja ja das kennen wir ja schon gut wo sind die denn alle nehmen uns jetzt wieder hier oben muss jemand sein jay so jetzt klettern wir wieder da hoch jetzt drücken wir L und ne 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 warte warte L und A so das war ziemlich knapp oh jetzt gibt jetzt gibt es gleich klopper alter zurück zum spielen trinken sie haben eine neue fünf schriften kombo freigeschalten je eine neue impression typisch set für relations impression ok wenn ihr wenn wann immer nillen ein plus generations impression ausführt reagieren wenig gesundheit verwenden sie diese neue impression um ihre kombos anzupassen ok mal gar nicht so einfach alle haben mich verarschen So. Okay. Ich drücke einfach irgendwelche Tasten. 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 Ah, okay, warte mal. Ich habe das jetzt nicht so gut verstanden, aber irgendwie, keine Ahnung, mit den Kombos. Ich muss erst Y drücken, dann X, dann Y und dann X. Ja, wir werden das schon rausfinden. Es ist ja blind, ne? Dementsprechend werden wir das schon rausfinden, wie wir das spielen. So. Wollen wir mal da rüber hüpfen? Spring! Mädchen, spring! So, wir wollen aber nicht da weit runterfallen. Wollen wir uns mal heilen? So, jetzt! Dann . Schwung! Finally! W seconds. No, okay, very good. Oh, hier ist wieder so ein schönes Bild. Okay, das muss jetzt irgendwo... ...da sein. Ah, jetzt verstehe ich das. Ah, cool. Neu verfügbar drüben. Sie haben eine PMP-Schwelle erreicht und können jetzt Impressionen verstanden. Cool. Da wollen wir mal gucken, ne? Okay. Neelin erhält PMP während sie kämpft. Prozuturale Meisterschaftspunkte werden verwendet, um vergesse Impressionen freizuschalten. Okay. Neelin hat gegenüber PMP eine neue Impression freizuschalten. Überlegen Sie, wie Sie die neue Impression verwenden können, um länger und bessere Kompos zu erstellen. Okay. Möchten Sie verwenden, um diese Impression freizuschöpfen? Verwenden Sie neue Impressionen, um meine Kompos zu erstellen. Je länger eine Kompos ist, desto verkraft wird. Ja, wir wiederholen uns ständig. Ich weiß. Das ist doch kacke. Ach, da ist es doch schon. Aha. Haben wir es ja gefunden, siehst du? Siehst du? Geht mal klar, Junge. Siehst du? Was? Gefahr. Steinschlag. Gefahr. Okay. Rohrklettern. What the fuck? Was sind die? Wow. Was ist mit dem passiert, ey? Au. Komm schon. So. Ab geht's hoch. Was sind das für Viecher? Die Typen gehen mir so auf den Keks jetzt schon, Alter. Aber das Spiel macht doch Spaß. What? Was ist denn das für ein Gerät? Der Gerät schläft nie. Pein. Pein. Pein, 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 pein! Alter, vervenziel und ausreichend. Sein Leben lebt. Okay. What the fuck? What the fuck? Was geht ab? Der Reiser ist viel stärker, wenn andere lieber in der Nähe sind. Sie besiegen den Morateur, bevor sie sich mit ihm anlegen. Wow. Wow. Au. Au. Nein, 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 nein. Nicht der, nicht der, nicht der. Nein. Nein! Nein! Alter, was? Ich spiele das schon auf normal, ja? Alter, leck mich am Arsch, ey. Wegenfallen. So. Ja? So kleine Spasti, jetzt mach ich dich kaputt, Alter. Na, siehst du? Mitten in die Fresse, Junge. Die Lieber greifen Bürger an? Lieber waren Bürger. Na gut. Ich glaube dir. Los mach. Tommy erwartet dich im Leaking Brain. What the fuck, Alter? Was ist das für ein Spiel, ey? Das ist ja... Das ist ja übelst gefährlich, Mann. Das ist ja noch schlimmer als Battlefield 4, Mann. Oder Call of Duty Mordern mal verzweifelt von Flughafen, wo du alle... ...abschießen konntest. Aber nur in der englischen Fassung. Verdammt! So. Ich mag Kräne. Ich mag Kräne. Also. Erstmal rüberklettern wieder. Na komm schon. So. Hüpf, 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 hüpf. Warte mal. Ich muss mal das ganz kurz ausstellen. Und zwar... ...dieses hier. Jetzt gab's einen kleinen Cut, glaub ich. So. 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 So.